Jesus, das Licht ist in diese Welt gekommen und das feiern wir wieder an Weihnachten. Es ist so wunderbar, dass dieses Licht die Finsternis erhält. Und überall, wo dieses Licht hinkommt, da vertreibt es die Finsternis. Und wir dürfen dieses Licht hinaustragen in unseren Herzen. Und er ist gekommen, dass er in unseren Herzen wohnt. So schön, dass du bei uns vorbeischaust. Wir wünschen dir, deiner ganzen Familie, deinen Verwandten, Bekannten alles, alles Gute. Ein gesegnetes Weihnachtsfest und wirklich den Frieden auf Erden, auch in der Familie, auch bei den Bekannten. Gott segne dich.